ja hallo zusammen es ist zeit für ein kleines klartext video und das klartext video ist jetzt heute mal ein bisschen was anderes denn bei mir hat sich jetzt was getan und zwar werde ich nicht auf der gamescom streamen und das war der letzte punkt der so zum das fast zum überlaufen gebracht hat dass ich mittlerweile seit jetzt ganz frisch ein community kontributor bin ich wurde nicht gekickt das war meine hocheigene entscheidung und ich habe mich dafür entschlossen und ich will euch mal ganz kurz erklären wie es dazu gekommen ist ursprünglich hat sich mit wargaming ausgemacht dass ich am mittwoch und am donnerstag von der gamescom streamen werde jeweils vier stunden waren so veranschlagt also von 9 30 bis 13 30 war immer so der grundplan dann wurde ich darum gebeten ob ich denn den freitag übernehmen kann wie sie im nachhinein herausgestellt hat das wusste ich zu dem zeitpunkt noch nicht war das der grund weil eigentlich mailand und maus hätten da streamen sollen und die beiden abgesagt haben und ich dann gesagt hat ja klar wenn ihr bedarf habt dann mache ich das an der stelle bin ich auch noch ganz kurz dazu gesagt haben dass maus und mailands situation nicht gleich meiner ist warum ich mich da jetzt dann am ende des tages dagegen entschieden habe mit dem hintergrund nämlich bei maus und mailand da hat es von anfang an bei denen nicht gepasst weil sie einfach gesagt haben ihnen reicht die zeit nicht diese vier stunden die veranschlagt waren sind ihnen zu wenig und dementsprechend hat es halt da von anfang an nicht gepasst bei mir habe ich gesagt okay zwei tage a4 stunden bin ich gut das mache ich so dann kam wargaming jetzt vor einer woche oder anderthalb zu mir und hat gesagt du an dem donnerstag da wo du streamst da musst du leider ein bisschen früher aufhören beziehungsweise dann dementsprechend bei nosi weitermachen weil da ist der eu cup und der muss kommentiert werden und das sollen noch sie machen sage ich gut okay mein gott dann ist ein tag nur zwei stunden damit hätte ich mich noch arrangieren können ich fand es natürlich schon in dem augenblick nicht cool dass 50 prozent der streamzeit sozusagen bestimmten worden sind aber auf der anderen seite mit dennis also mit nosi wäre das bestimmt auch lustig gewesen so und jetzt und das war dann so der finale punkt wo ich dann gesagt habe mache ich nicht mehr war nämlich dass sie am freitag zu mir gekommen sind und gesagt haben du nächste woche an dem freitag stream den ich ja freiwillig übernommen hatte weil ich denen helfen wollte da kannst du übrigens auch nur zwei stunden streamen weil da ist der eu cup wieder und der muss aber auch auf englisch da kommentiert werden und das kannst du gleich zweimal nicht und dementsprechend musst du dann leider da aufhören und das war dann so der moment wo ich gesagt habe hey also langsam kommt man sich einfach nicht wertgeschätzt vor und das ging war jetzt schon immer länger so das hat so immer ein bisschen mehr gebrudelt aber jetzt war das so der der punkt wo ich gesagt habe mir reicht bin auch ganz ehrlich ich hatte mich mit vier stunden stream habe ich mich tierisch gefreut ich fände es auch total toll aber zwei stunden von halb zehn weg bis halb zwölf sage ich mal war jetzt nicht so oder halb elf halb zwölf sind weiß nicht so wie ich gesagt habe hey und dann eine woche vorher man kann mir auch nicht erzählen dass der plan so kurzfristig war dass wir jetzt einmal fünf werktage vorher dann gewusst haben so ach mist da ist ja noch dass der eu cup der muss ja auch noch gestreamt werden das kann mir keiner erzählen und das hat dann so am ende jedes tages jetzt bei mir dann bewirkt dass ich gesagt habe hey seid mir nicht böse aber wertschätzung ist es gleich gar nicht denn es also so anossi kriegt fünf tage a fünf stunden mindestens und da ist nichts dran zu rütteln ich natürlich hätte ich auch gern mal am nachmittag gestream mache ich auch kein hiltrum aber ich dachte mir okay lieber nämlich lieber nämlich die zwei tage am vormittag als gar nichts aber mit vier stunden kann man halt schon arbeiten man hätte sich leute einladen können beziehungsweise war mein plan man kann mehrere spiele zeigen man kann einfach ein bisschen was machen aber man muss sagen zwei stunden streamzeit ist einfach zu wenig da kann man sich großartig keine person einladen da kann man nicht großartig irgendwie mehrere spiele zeigen und wenn der stream gerade am laufen ist muss man auch schon wieder ausmachen so dann war meine bitte darum dass ja mal einen tag von noch sie vielleicht nehmen könnte wo dann man dafür das streamt oder sonstiges aber das war absolut undenkbar also das ist gar nicht dran zu rütteln gewesen wobei ich nicht nachvollziehen kann weil letztes jahr waren wir vier streamer über die nachmittage verteilt worden sind vormittags streams gab es letztes jahr gar keine dieses jahr wollte man es irgendwie wahnsinnig vielen leuten recht machen aber hat dann in meinem fall gar nicht geklappt ich mache auch denn es ist ein null vorwurf der kann dafür absolut gar nichts für die situation er hat natürlich seine fünf tage angebot bekommen und hat sie natürlich dankend angenommen ganz klar aber er kann nichts dafür dass er da jetzt sozusagen der einzelne war das weiß ich nicht ich weiß auch nicht warum die situation so dann war wie sie war weil ich habe mein konzept wargaming oder chrysanthos zählt es war lustigerweise recht deckungsgleich mit dem was dennis florian also florian mental ist der der community chef sozusagen ihm gesagt hat also der steht über chrysanthos und der fand es scheinbar ganz dufte und dann ist die entscheidung zu nosty gefallen und irgendwie dann wohl gegen mich von den zahlen her kann es gefühlt weil ich habe die recht wir haben recht ähnliche follower zahlen youtube zahlen sind recht ähnlich die homepage die ich habe wird es scheinbar nicht ins gewicht fallen also von dem her muss es irgendwo einen anderen hintergrund haben das ganze thema ja und dann habe ich gesagt also gut sei es mir nicht böse aber ich fühle mich einfach ehrlicherweise verarscht und das nicht nicht ganz klein sondern sogar recht grob weil ich spring für euch noch in die presche macht den freitag dafür dass ihr dann da den cup ausstrahlen wollt oder müsst den aber nicht anders darstellen könnt als an dem rechner wo man eventuell streamen dürfte und ja dann soll man es einfach so hinnehmen man muss dazu sagen als streamer oder kontributor hat man keinen vorteil davon außer dass man streamt also man kriegt nicht noch in irgendeine kostenbeteiligung für irgendwas man man kriegt gar nichts man kriegt stream zeitpunkt und den rechner das war's also man hat jetzt nicht dass man sagt man wird jetzt da reich oder sonstiges sondern natürlich ist das so eine win win situation für beide parteien der eine stellt content kostenlos und der andere kriegt vielleicht dadurch ein bisschen mehr reichweite aber in meinem fall muss man sagen die reichweite gegenüber dem aufwand passt dann irgendwo auch nicht mehr und auf der anderen seite ganz ganz klar und da bin ich auch ehrlich ist da auch einfach die enttäuschung da man ist enttäuscht von dem partner dem mit dem man lange gearbeitet hat oder zusammen gearbeitet hat so habe ich das immer zumindest wahrgenommen dass man das partnerschaftlich betreiben sollte ich war einer der ältesten community kontributoren im deutschen bereich da gab es nicht so viele die noch länger dabei waren als ich und trotzdem hat sich das einfach so angefühlt so wie du du machst kostenlos werbung für uns solange ist es halt cool und alles andere ist egal und das darf man nicht vergessen der kontributor posten ist nichts anderes als kostenlose werbung für wargaming deswegen ziehen sie sich ja mittlerweile eigentlich ja nur noch neue kontributoren aus twitch und aus youtube daher die bekommen ein paar goodies hier mal da einen panzer abzuzeigen vielleicht mal eine beteiligung eine zahlungsbeteiligung an bovington weil auch das wird nicht komplett gezahlt sondern man bekommt zum xy und den rest darf man dann selber on top zahlen und das war's und dafür stellt man halt viel content im besten fall da ich habe auch in der vergangenheit und das werde ich jetzt nicht mehr machen den ein oder anderen beitrag auf meiner homepage wieder zurückgezogen als wargaming als partner auf mich zugekommen ist und sagte du das ist ein beitrag der passt aber jetzt gerade noch nicht entweder weil der was verrät was er noch nicht verraten soll oder der inhalt nicht so passt und ich dachte mir okay man ist unter sich dann kann man das auch mal machen so wichtig war das in dem augenblick auch nicht werde ich natürlich auch nicht mehr machen ich werde jetzt aber auch nicht auf wargaming einschlagen und jetzt nur noch flame videos dagegen bringen aber ich werde jetzt vielleicht meine meinung öfter und etwas drastischer sagen als ich vielleicht in der vergangenheit getan habe wo ich mir dachte es gehört sich nicht ähm nicht dass ich das in der vergangenheit nicht getan habe aber vielleicht nicht in der häufigkeit weil ich mich halt dann doch wenn ich ein problem gesehen habe oder gehabt habe dann an wargaming direkt gewandt hat das mache ich jetzt nicht mehr logischerweise ich bin kein kontributor ich habe keinen offiziellen zugang und keine offiziellen kontaktmöglichkeit mehr dementsprechend ist das thema dann für für mich da und sie können sozusagen meine meinung jetzt aus den videos erfahren ja das ist eigentlich auch schon alles natürlich in der vergangenheit sind so ein paar sachen vorgekommen ich wäre auch schon mal fast das kann man jetzt auch mal ganz offen sagen aus dem kontributoren programm gekickt worden also diesmal bin ich von meinen stücken freigegangen weil ich gesagt habe das passt nicht mehr ich fühle mich da einfach nicht mehr wohl und so geht man mit einem partner nicht um und ich werde aber damals fast gekickt worden weil ich meine meinung innerhalb des skype kanals ähm zu drastisch gesagt habe und ähm ich da der damalige community manager sehr auf den schlips getreten gefühlt hat deswegen wäre ich eigentlich damals schon fast gekickt worden ist aber auch schon wieder über zwei jahre her so das ist eigentlich das thema also wer mich wer sich gefreut hatte mich auf der gamescom streamen zu sehen oder von der gamescom den muss ich jetzt damit leider enttäuschen ich habe auch leider den zeitplan den ich mir im kopf hatte muss ich damit komplett verwerfen leute die ich angefragt hatte habe ich auch leider damit vor den kopfstoß müssen aber am ende des tages ist es halt so wie es ist ähm also keine gamescom streams kein community kontributor mehr das thema ist beendet und von meiner seite aus sehe ich da jetzt auch keinen weiteren gesprächsbedarf ja ihr könnt gerne eure meinung dazu posten wenn ihr jetzt sagt ja du keine ahnung hättest das machen sollen ne ganz ehrlich am ende des tages bin ich doch irgendwo habe ich auch irgendwo einen stolz und ähm ich bin immer schon jemand der gewesen der sich an abmachungen hält und die einheilt und wenn mir eine abmachung ich ich sozusagen ich sozusagen darauf eingehe dass eine abmachung funktioniert sogar in die presche springe wenn wenn not am mann ist und dann noch da ähm wie sag ich es nicht veralbert werde ähm da muss ich sagen dann dann wollen sie mich nicht wie gesagt nossi war gesetzt da war nichts zu machen in anführungszeichen dran der war am nachmittag da war keine option oder keine möglichkeit und ähm dann ist es halt so wie es ist ich werde euch in zukunft keine preview tanks mehr zeigen aber mittlerweile gibt es so viele kontributoren und nicht kontributoren die panzer zeigen bevor sie äh live gehen ähm also kann man sie sich dann da locker anschauen ohne große probleme und ich mache mein content erstmal weiter so verändert sich nichts ich werde jetzt auch nicht wargaming von meinem kanal bannen weil ähm nur weil ich jetzt gerade da mit wargaming einen knatsch hab oder sagen wir es genauer mit paris einen knatsch hab heißt das jetzt nicht dass ich world of tanks plötzlich kacke finde das ist nämlich nicht der fall ich mag das spiel genauso gern wie davor ähm aber das ist jetzt nun mal fakt so wie gesagt es gibt bestimmt auch jetzt einige die sagen äh kann ich nie nachvollziehen hat der alcaramba hätte er mal da sich ein bisschen was weiß ich zurecht gebückt oder ich habe keine ahnung wie man es jetzt definieren soll dann äh wäre es okay gewesen aber ich kann es ehrlich so ticke ich nicht ich bin ein sehr straighter mensch ich bin da bei meinen bei meinen sachen die ich so mache sehr gerade und sehr geradlinig und ich erwarte dass man vereinbarungen einhält und ähm nicht eine woche vorher komplett alles kippt das ist für mich einfach kein keine sache wie man mit einem partner umgehen sollte wie gesagt werde wahrscheinlich auch viele jetzt da vor den kopf stoßen die ähm vielleicht gesagt hätten hätte ich an deiner stelle anders gemacht oder sonstiges aber es tut mir leid ähm so wie ich in der vergangenheit vielleicht äh immer wahrgenommen worden bin dass ich von meiner kritik nicht zu straight bin oder sonstiges da muss ich dem vielleicht dann widersprechen ich bin so wie ich bin ob man das jetzt mag oder nicht ist jetzt mal dahingestellt aber was ich sagen kann ich bin kein community kontribute so das wollte ich euch einfach nur wissen lassen äh gamescom und alles andere funktioniert sonst trotzdem genauso nebenbei ich werde genauso auch auf der community party sein aber eben als ganz normaler gast und nicht mehr als kontributor damit danke ich recht herzlich für eure aufmerksamkeit hoffe ihr seid ein bisschen damit wieder auf dem plan was meine tätigkeit angeht und ich wünsche euch jetzt eine gute zeit und verbleibe mit großen dank für alles was ihr trotzdem bisher für mich getan habt und was wir erreicht haben und ich denke auch ohne wargaming wird das weiterhin gut funktionieren deswegen bis zum nächsten mal euer el caramba euer el caramba